Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal Camtasia Studio 9. Wir möchten ja eine in 4K rendern und das werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ihr da ein Profil erstellen könnt, um 4K rendern zu können. So, ich habe hier auch schon vorbereitet, das ist mein erstes Video, aber das ist zu lang, das werde ich nicht nehmen, das ist doof. Ich habe nämlich hier schon ein 4K Profil erstellt, aber ich mache das jetzt nochmal neu mit euch und werde 4K 2 nennen, also nicht wundern. So, wir gehen auf Benutzer definiert und gehen auf neues Profil hinzufügen. Hier steht jetzt natürlich mein 4K, wir wollen natürlich ein neues machen und sagen natürlich hier neu. Das nenne ich jetzt natürlich 4K Ultra HD und dann nehmen wir als Auflöseform, also als Videocodec, WMV Windows Media und dann gehen wir auf natürlich beste Qualität empfohlen. Hier auf der Bildeinstellung, da müsst ihr aufpassen, nehmt nicht das, weil dann ist er automatisch 1080p Benutzer definiert. Die Werte schreibe ich auch unten rein, das sind 4096 zu 2160. Das sind die Abmessungen für 4K und dann braucht ihr einfach nur fertig machen und schon habt ihr euer Profil erstellt. Ich habe es jetzt auch nur mit Windows Media Format versucht, mit HDMI, MP4 habe ich es noch nicht versucht, mit AVI habe ich es auch noch nicht versucht. Aber mit dem klappt das auf jeden Fall. So, können wir jetzt schließen. Und ich habe jetzt hier 2 Bilder drin. Jeweils 2 Sekunden gehen die. Ich werde es aber nochmal kürzen, weil die Renderzeit mit 2 Sekunden, das dauert echt, also mit 4 Sekunden dauert echt lange. So, jetzt machen wir mal auf die Hälfte wieder reduziert hier. Jetzt machen wir halt mal jedes Bild eine Sekunde nur. Soll ja auch nur dafür da sein, dass man zeigt, dass es geht. So, ich bin jetzt insgesamt bei genau 2 Sekunden, genau. Und dann wollen wir das rendern und wir wollen uns das neue Profil auswählen, was ich jetzt hier Ultra HD genannt habe. Hier steht jetzt die Auflösung, wir gehen auf Weiter, das nennen wir dann Test 3. Weil ich habe schon einen Test gemacht, also beziehungsweise 2. Und dann gehen wir auf Fertigstellen. So, da geht jetzt dementsprechend hier schon was schneller. Wir können schon mal auf den passenden Ordner gehen, und zwar Dokumente, Camtasia Studio. Und hier wird dann gleich der Test 3 erscheinen. Ah, hier unten ist er schon, Test 3. Die Anahe 4K Test genannt. Und bei Benutzer definierte Profile. Ich habe jetzt hier noch Camtasia Studio 8 Profile drin und 9, weil ich habe noch beide drauf. So, und hier sehen wir dann natürlich, dass die Profile dazugekommen sind. Die könnt ihr dann auch einfach kopieren, wenn ihr die jetzt sichern wollt und beim nächsten Mal nicht neu eingehen wollt. Weil hier sind sie ja zum Beispiel nicht drin. Daran kann ich euch das dann halt super zeigen. Ihr braucht das nur kopieren. Dann könnt ihr euch das wegpacken. Wenn ihr Camtasia Studio 9 wieder neu installiert, braucht ihr das nur einfach dazufügen und braucht das alles nicht nochmal neu eingeben. Und wie ihr seht, hier habe ich es jetzt drin. Das heißt, ich könnte jetzt auch mit Camtasia Studio 8 in 4K rendern, weil die Profile sind kompatibel. So, und jetzt haben wir unseren Ordner hier. Test 3. Und da sehen wir jetzt die Abmessung 4096 zu 2160. Wir können auch ganz genau nochmal reingucken, Eigenschaften, Details. Und hier sehen wir praktisch, wir haben eine 4K-Auflösung. Und wir können das auch gerne nochmal starten. Sind halt nur 2 Sekunden, aber in 4K. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Wir haben uns unser Profil erstellt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn ihr dann noch Fragen habt, einfach raus damit. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi. Sagt euer Odin.